Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünen Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zitzel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kirm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, vier Mal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln.